Hey, 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 hier kommt Riga Also jetzt spiele ich mal das Eigentliche Das Eigentliche? Okay Hier war das nochmal auf A3 Springer E7 und dann B4 geht der direkt Springer schlägt B4 oder ist das nicht so der Puller Und jetzt geht natürlich gleich D4 Kann man machen, ne? Dann spielt das hier Eigentlich gibt sich doch die gleiche Stellung wie vorher, oder? Nein Wegen R4 Das ist jetzt völlig anders Wieso ist das völlig anders? CD geht nicht wegen Dame A5, oder? Nein, das ist die Hauptweite, C ist die Hauptweite Achso, das stimmt, weil der C6 hinter dem Achso, jetzt muss ich Läufer D2 spielen, oder? Nein Hm? Springer D2 ist der Hauptzug Aber Hm, dann lass ich mir das mal Dann muss ich ja hier nehmen Wo schlief Wo alte schlief Der alte schlief Den kann ich dir ja nicht einfach geben Hm Das mach ich nicht Also nehm ich hier weiter Naja, dann nehm ich Musst du wieder nehmen Ja, aber mit A4 ist eigentlich die Die Höhung von der Türen Achso, jetzt kann ich Dame A4 Schacht geben Dann spielst du Dame D7 und hast ein schönes Endspiel Oder? Ja Schuhe spiel hier Aber so mach ich auch Also kein schönes Endspiel, ein schönes Mittelspiel Ok Ja Ja Hey, hey, hey Hier kommt AX Das bin ich Vorhang auf Eben Vorhang auf Eben Vorhang auf Eben Eben Ja Ja Ich dachte ich kann auch das so machen Der Springer geht einfach nach D5 Ach man, das war so scheiße Hahaha Aber dann muss ich ja für die Fische kraftieren auch noch Ja, das auch mal Ist ok Dann steht so Hm Das ist aber verwirrend auf jeden Fall Da war noch ein Ok So Jetzt bin ich dran So So Er will ja auf C3 sich reinsetzen Da will ich mich reinsetzen Stimmt Na ja, ich mach es trotzdem gleich Ja, das hat schon seine Berechtigung. Vielleicht lässt du mir noch Zeit mit ihm reinsetzen. Hast du Zeit? Was? Ich hab Zeit. Also David C2 stellt die Quale ein. Stellt die Quale? Achso, ja. Kann man auch auf Qualitätsoffer verkaufen. Kann man ja auch. Mach ich. Ah, okay. Achso, mein MP5 fängt aber auf. Mach's dann. Andi ist alter nicht angesehen. Das hat schon gesagt. Er schwächelt mich hier an. Ja, wer weiß, wie gut das ist. Das ist auch ein Schwächeling. Wer weiß, ob das überhaupt so gut ist. Ja, ich hab ihn für den Spielen. Mir gefällt das nicht. Ja. Ja, ich hab ihn für den Spielen. Ich kenne sie ja so, jetzt fahren wir in den Zoo, oder? Ja, vielleicht hat er da irgendwie die. Das Dief ist doch anal fixiert. Ja, einer wird dann Wurzel, 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 Wurzel. Ist das nicht? Das ist ein Lied. Nein, das ist wirklich ein Lied, aber das heißt, jetzt fahren wir über den See, über den See. Jetzt fahren wir über den See. Jetzt steht das so halbwegs wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Scheiße, das war nicht so geplant. Das ist scheiße. Warum gehe ich eigentlich nicht hin? Das ist echt scheiße. Warum soll ich den Turm C6 und so zulassen? Das muss der nicht sein. Achso, der hat Zeit schon gespielt. Wir spielen einfach weiter. Wir spielen mal ein bisschen weiter. Ist ja eine interessante Stellung. Ist ja gut, jetzt ist... Auch gar nicht gemerkt. Nee, aber ich meine, ich habe ja bis jetzt nicht... Ich meine, jetzt geht's wieder. Jetzt lebe ich wieder. Wie spiel ich jetzt? Ich spiel ja C4, oder? Das ist mir echt nicht klar, wie diese Stellung ist noch spiel an C3. Aber ich muss... Achso. Du musst zerschlagen, aber ist das so schlimm? Das sollte wahrscheinlich schon besser sein. Ich spiel nicht. Ich spiel nicht. So, da mit C2 ist jetzt wieder so unendlich passiv, oder? Ja, muss ja auch noch nicht. Es ist mir echt gar nicht klar, wie die Stellung überhaupt ist. So wird das nie was mit in den profanen. Ganz profan. Jetzt da mit D3, oder? Vielleicht, ja. Sonst mache ich vielleicht da mit D7, ne? Ja. Da mit D3 sieht ja nicht aus, ne? Okay, dann würde ich wahrscheinlich erst mal H5 machen. So, jetzt muss ich meinen König verbessern, ne? Ja, das ist dann halt die Frage, wie das alles ist. Kann ich dich jetzt direkt unter Druck setzen mit E4, E5? Das wäre ja konsequent, oder? Ich versuche dir jetzt einfach wegzielen. Was? Aber wenn du kein A5 hast in der Stellung, ich komme zu springen, dann ist ja richtig fett, aber ich komme halt dazu, ne? Also ich kann jetzt E5 spielen. Du nimmst ja, ich spiele auf C3. Soll es wieder ausgeglichen sein, ne? Ich habe die aktive Dame und du hast einen Schreck auf E5. Also ich glaube... Ah, ich habe gewonnen. Der hat bei euch gewonnen, Niklas. Ja, Niklas hat gern. A4, dann wird halt der weich, ne? A4. A B7 vielleicht. Und dann hängt der an. Dann muss ich schon da mit C2 spielen. Dann gehst du wieder nach Dame D7, ne? Also dann nehme ich lieber die Stellung. Okay, dann muss ich die Stellung nehmen. Nee, also... Vielleicht hier. Vielleicht mache ich auch erstmal H4 jetzt. Hm? Vielleicht mache ich auch erstmal H4. Bin ich mir nicht sicher. Du musst dann wahrscheinlich rausschlagen. Ja. 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 Na gut, ich kann vielleicht noch wenig G2 anzuspielen. Statt. Hm? Jetzt kann ich natürlich auch 5 spielen, ne? Auf 4 selber spielen. Ja, wahrscheinlich ist das... Wahrscheinlich ist das alles... Das ist nur okay, oder? Das ist ja fast die beste Stellung. Nee, Quatsch. Aber die Sanjante ist echt unangenehm. Hm? Gegen wen darf ich denn bei euch spielen? Nein, wir hören mal auf hier. Was fragst du denn das? Wir spielen jedes zweite Mal ein...